Nachricht! Nachricht! Mein Herz. Eilander, heute findet eine Pallungsteremonie statt. Die Mädels sitzen am langen Hebel und entscheiden, mit welchem Jungen sie zusammenkommen möchten. Hashtag Mädelswahl Hashtag Wer fliegt Hashtag Partnerwechsel So ihr lieben Eilander, wir haben momentan acht Jungs im Haus, aber dafür nur sechs Mädchen. Viel zu viele Männer, meiner Meinung nach. Und genau das ändern wir heute. Wir starten mit Linda. Also ich habe mich für folgenden Mann entschieden, weil er mich zum Lachen bringt. Wir hatten bis jetzt eine schöne Zeit. Ich möchte diese Person auch noch mehr kennenlernen. Ja. Äh.